Wo gehst du? Zu arbeiten. Ich muss dich etwas fragen und es ist trinkend. Sag mir. Du musst Maurice, den Regisseur, einen Fall stellen. Hallo Maurice, rate wer es ist. Hey Coco, ich gebe dir zurück zum Hauptbahnhof. Dreh das Arschloch zu mir zurück. Eine weitere Delinkanten von der anderen Seite des Jura. Gib mir eine Chance, ich kann diese Mürde hören. Wie es ist? Na und? Werden wir diesen Killer dumm laufen lassen? Ich habe diese Affäre satt. Ich habe den Vertrauensschüler angerufen. Ich brauche irgendwas. Ich werde dich 48 Stunden verlassen. Hallo Inspektor. Mein Name ist Lionel und ich bekam Besuch von einem fremden Mann. Mach dir keine Sorgen. Ich werde dich irgendwann finden. Der Stammesmörder. Ende François-Christian Mirier und Olaf Fixel-Rigy. Inspektor. Mit der Sedellehmen. Inspektor.